Wie verhindere ich Luftbläschen? Der beste Weg Luftbläschen loszuwerden ist mit einer Artist-Torch. Egal ob Butanbrenner oder Propangasbrenner für größere Projekte, sollte die Flamme heiß genug sein, um das Adressen zu verdünnen und die Luftbläschen freizusetzen. Gegen Luftbläschen ist es das Beste. Ein paar Tipps. Alles was Luft enthält, Holz oder Papier, sollte versiegelt werden. 25 Grad ist die ideale Temperatur für Adressen. Falls euer Adressen zu kalt ist, könnt ihr die ungeöffneten Flaschen in ein heißes Wasserbad erwärmen. Danach gut abtrocknen, bevor ihr mischt. Langsam und genau durchmischen. Zu schnell und ihr könntet mehr Luftbläschen machen. Langsam und knapp zur Oberfläche ausleeren. In 3 mm dicken Schichten gießen. Sonst können die Luftbläschen nicht rausgebrannt werden. Nie eine Heißluftpistole oder einen Haarfön verwenden. Sie verteilen nur Staub über die nasse Oberfläche. Wenn ihr diese Tipps wahrnehmt, solltet ihr nie Probleme mit Luftbläschen haben.